Ich möchte euch heute eine kleine Anekdote erzählen, die mir heute passiert ist im Nettomarkt. Ja, mir sieht man den Schlaganfall nicht mehr an. Also es hat sich alles super zurückgebildet und wiederhergestellt. Auch die Sprache funktioniert wieder, das Denken funktioniert wieder. Aber es gibt ganz oft die Phasen, wo ich Wörter vergesse oder wo ich Sätze nicht richtig zusammenbringe, weil mein Gehirn da einfach noch nicht so ganz fit ist dabei. Und so ist mir da heute was passiert und zwar im Nettomarkt. Ich wollte einen Reis umtauschen, also den normalen Langkornreis gegen den Jasminreis, weil ich mich da vertan hatte. Ja, ich hatte mich da vertan. Und dann gehe ich so an die Kasse und die Kasse war total voll. Der zog gerade alles ab und er sagt so, ja, was wollen Sie denn? Und ich so, ja, ich möchte gerne diesen Reis hier zurückgeben. Den hatte ich kürzlich gekauft bei Ihnen und den möchte ich gerne zurückgeben, weil ich ihn... Da habe ich gesagt, na, wie heißt das Wort? Urtümlich. Urtümlich. Ich so, wie heißt das Wort nochmal? Und dann habe ich gesagt, ja, aus Versehen gekauft habe. Und ich wollte aber den Jasminreis. Und er so, ja, ja, nehmen Sie sich dann Neues. Und das habe ich dann auch gemacht. Und während ich... Während ich zu dem Gang ging, um den Reis umzutauschen, fiel mir ein, dass das natürlich nicht urtümlich heißt, sondern irrtümlich. Und die ganzen Leute an der Kasse... Ich habe mitten im Markt unter meiner Maske angefangen zu lachen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste so über mein Fauxpas lachen. Über dieses Wort urtümlich. Und ich wusste einfach nicht, wie das Wort heißt. Und ich habe gesagt, ja, ich habe es urtümlich gekauft. Ob ich mir denn da Neues nehmen kann. Das war so geil. Und dann der Gedanke so, oh mein Gott, du hast das Wort davor dann gesagt und hast noch gesagt, ja, wie heißt das nochmal? Wie heißt das Wort nochmal? Urtümlich. Ich konnte mich nicht mehr halten. Und es war so schwierig, meinen Lachenfall zu unterdrücken. Es wollte was aus mir. Zudem war beim Lachenfall entwich... Warte mal. Entwich mir ein wenig Luft. Man hat es aber nicht gehört. Gott sei Dank. Aber ich musste so lachen. Ich konnte mich nicht halten, denn dann bin ich durch die Gänge gelaufen. Und immer wieder erreichte mich dieser Lachanfall über dieses Wort urtümlich. Was natürlich irrtümlich heißt. Genau. Und sowas passiert mir halt öfters. Dass ich einfach, ja, dann nicht genau weiß, was ich sagen kann. Oder ich möchte das sagen, aber das Wort fällt mir nicht ein. Und dann spreche ich es eben falsch aus. Das kann schon passieren. Das sind dann eben so auch die Folgen, da durch einen Schlaganfall, den man mir noch abspürt und anhört. Ja. Das wollte ich einfach mal so erzählen. Es gibt, mir sind die Fälle, so viele Fälle begegnet, die mir so furchtbar leid tun, die einfach gar nicht mehr auf die Beine kommen. Und der Herr hat mich, der hat einfach Gnade walten lassen und hat mich einfach so beschützt und wieder auf die Beine gebracht. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, macht's gut, ne?